Der britische Musiker Sir Thomas John Woodward, 78, 6 Bomb, besser bekannt als Tom Lournes oder Tiger Tom, hat sein für Mittwochabend geplantes Konzert im Standstedt Park im britischen Best-Sus-Ex wenige Stunden vor Beginn abgesagt. Wie er Twitter teilte der Veranstalter mit. Mit Bedauern müssen wir den Auftritt von Tom Lournes im Standstedt Park heute Abend absagen. Leider fühlt sich Sir Tom nicht gut und die Ärzte haben ihm geraten, nicht aufzutreten. Die Ticketpreise werden an den Verkaufsstellen komplett zurückerstattet. Wir entschuldigen uns für alle Unannehmlichkeiten, die damit verbunden sind und wünschen Tom alles Gute, heißt es in den Tweet. Das für den heutigen Abend geplante Konzert auf der Querderenbahn-Restaurant Sekurse im britischen Press hier soll stattfinden. Im vergangenen September musste der Grammy-Gewinner ebenfalls auf ärztlichen Rat hin die geplante USA-Tour auf das Jahr 2018 verschieben. Oberde 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 Bis zum nächsten Mal.